Was hat es eigentlich mit diesem ominösen Title bei der Suchmaschinenoptimierung auf sich? Wie kann man den beeinflussen? Welche Möglichkeiten hat man? Welche Tools gibt es dafür? Und warum ist der Title eigentlich eines der unterschätztesten Elemente, um seine Webseiten nicht nur entsprechend nach vorne zu bekommen, sondern auch mehr Traffic auf der gleichen Position zu bekommen? Das und noch viel mehr erfährst du in dem folgenden Beitrag hier bei Website Boosting TV. Okay, stell dir doch einfach mal vor, du hast einen Laden in der Fußgängerzone, ein Schuhgeschäft und das Dumme ist, die gesamte Fußgängerzone besteht nur ausschließlich aus Schuhgeschäften. Du stehst vor deinem Laden, die Passanten laufen vorbei und die Aufmerksamkeitsspanne jedes einzelnen potenziellen Kunden, der vorbeiläuft, ist so ein paar Sekunden, sagen wir so sechs, sieben Worte, die du sagen kannst. Da hört man dir zu und danach hört man schon wieder das, was der Inhaber des nächsten Ladens zu seinen potenziellen Kunden spricht. Du hast also nur fünf bis sieben Worte, jemanden zu überzeugen, deinen Laden zu betreten. Was wirst du tun? Wirst du sagen, Schuhe, Schuhe gibt es hier, Schuhe in großer Auswahl, günstig, Schuhe hier, günstig. Oder wirst du dir was überlegen, womit du vielleicht neugierig machst, womit du Menschen fesseln kannst, womit du sie zu einem Besuch in deinem Laden überzeugst. Und eigentlich genau die gleiche Situation hast du bei Google. Wenn du einen Shop betreibst oder eine Webseite hast und es geht um bestimmte Suchen, die potenzielle Kunden machen bei Google, du tauchst mit einem Suchergebnis auf, dann ist dieser Title eigentlich ein sehr, sehr dominant sichtbarer Teil dieser Suchergebnisse. Und du hast da die eben erwähnten fünf bis sieben Worte Platz, um zu texten, um jemanden dazu zu bringen, bei dir zu klicken. Es ist ja nicht so, dass immer jeder automatisch auf Platz 1 klickt oder auf Platz 2, sondern natürlich scannen oder skimmen, so nennt man das, die Menschen die Suchergebnisse durch und klicken auf das Ergebnis, wo sie wahrscheinlich glauben, die beste Lösung zu finden für ihr Problem, sei es ein Kauf oder ein Informationsbedürfnis oder was auch immer, warum man googelt. Dieses Auftauchen mit deinem Suchergebnis ist sozusagen der Moment of Truth. Hier entscheidet sich, ob ein Suchender auch tatsächlich zu dir kommt, sprich, ob die Rankings, die du möglicherweise hast, sich auch tatsächlich in potenziellen Umsatz umwandeln lassen. Da gehört ja dann noch ein Stück mehr mit dazu auf deiner Webseite, aber dass du überhaupt einen Umsatz machen kannst, dazu gehört natürlich, dass jemand auf deine Seiten kommt. So ist dieser Text, dieser Titel zum einen wichtig für die Klickentscheidung des Suchenden, zum zweiten, weil das Google natürlich weiß, hat der Titel auch heute noch eine sehr starke Dominanz bei all diesen deutlich über 200 unterschiedlichen Ranking-Faktoren und trotz auch bisher noch aller maschinellen Auswertungen fürs Ranking bei Google, ist das, was du in den Titel schreibst, schon noch sehr, sehr relevant für die Suchmaschinen. Optimierung. Gleichzeitig hat man oft den Eindruck, wenn man sich Suchergebnisse anschaut, wirst du sicher bestätigen können, dass manche oder viele Unternehmen ziemlich lieblos, ziemlich lustlos, ziemlich unmotiviert solche Titels verfassen. Noch schlimmer ist es dann, wenn sie automatisiert erzeugt werden und sich dann lesen wie so ein Datenbankabklatsch. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Was ist denn der Titel überhaupt? Der Titel ist ein fester Bestandteil eines HTML-Dokuments. Der befindet sich im sogenannten Head. Ein HTML-Dokument wird ja unterschieden in einem Head-Bereich und in einem Body-Bereich. Im Head-Bereich sind in der Regel Metainformationen hinterlegt für Maschinen, wie sie mit der Seite umgehen, ob sie die Seite crawlen dürfen und, und, und. Und der Body-Teil enthält die programmierten Informationen, die man dann im Browser als Besucher sehen kann. So, und in diesem Head ist eigentlich ein vorgeschriebenes Element. Der Titel ist somit eigentlich kein Meta-Tag genau genommen, wie es immer wieder bezeichnet wird, sondern ist tatsächlich das Titel-Element fester Bestandteil der HTML-Seite. Die Metainformationen, wie die Metadescription oder Meta-Robot-Anweisungen, sind tatsächlich sogenannte, deswegen heißen sie so, Meta-Anweisungen für Maschinen, die man eigentlich normalerweise auch nirgends sieht. So, ja, wo sieht man den Titel dann überhaupt als Besucher? Wo sieht man ihn als Website-Betreiber? Und das gucken wir uns jetzt mal in einem praktischen Beispiel an. Stellen wir uns vor, wir planen die Anschaffung eines Kühlschranks als Kunde, als Besucher. Kühlschrank kaufen. So, wir sehen schon hier auch an der Stelle, dass die Anzeige der Positionen bei Google für Suchmaschinenoptimierung relativ stark in die Irre führt, denn wir sehen selbst auf dem großen Bildschirm mittlerweile nur noch Werbung. Das nächste ist eine lokale Anzeige von Läden. Und das erste organische Ergebnis finden wir dann hier unten vom Mediamarkt. Freistehende Kühlschränke kaufen. Und hier sehen wir auch schon diese blaue Linie, diese Textlinie, die per Klick dann die Webseite öffnet. Das ist der Titel. Naja, und gucken wir uns auch gleich die Description an. Dann fehlen freistehende Kühlschränke kaufen. Freistehende Kühlschränke sind die Lösung vieler Wohnsituationen. Entdecken Sie bei ... Freistehende Kühlschränke bei Mediamarkt kaufen. Bleiben Sie. Also kein so schöner Titel. Aber egal, wir gucken uns das jetzt mal an. Wir gucken uns das jetzt mal an und schauen mal, wo man den Titel entsprechend findet. In einem Browser, jetzt hier der Chrome-Browser, geht das relativ einfach. Rechte Maustaste irgendwo auf einer HTML-Seite. Quelltext anzeigen. Das variiert oft mal ein bisschen je nach Browser. Aber im Prinzip geht es immer darum, die Programmierung sich anzuzeigen. Und ein Klick drauf zeigt dann auch den entsprechenden Code. Hier sehen wir auch die zwei Bestandteile einer HTML-Seite, nämlich der Head. Und weiter unten kommt dann der Body. Der Body ist das, was man dann auf der Webseite sieht. Der Head sind Meta- oder im Head liegen Meta-Informationen entsprechend. Das kann dann mehr oder weniger relativ viel sein. Und den Titel hier zu finden, ist oft gar nicht so einfach. Insofern hilft man sich mit dem Trick mit Suchen. In der Regel geht das bei Windows-Programmen und auch bei Mac-Programmen mit Steuerung bzw. der Mac-Taste und F. Und hier oben geht ein kleines Suchfenster auf und ich gebe dann einfach Title ein. Und ich sehe schon hier, das Wort Title gibt es 78 Mal auf der Webseite und erleuchtet mir aber auch dann gleich schon die entsprechenden Title-Treffer an. Hier haben wir einen Title, Data-RH ist gleich True. Wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir, da werden einzelne Titles angesprungen. Hier OG-Title, hier unten nochmal in der Programmierung verwendet. Das interessiert uns alles nicht, weil wir ja eigentlich nach genau diesem Textmuster suchen. Title und dann einen Text. Das ist der Title, der angezeigt wird. Freistehende Kühlschränke kaufen, Mediamarkt vielleicht ein bisschen kurz. Aber so findet man den Title im entsprechenden Quellcode. Und wir sehen auch hier oben, wenn wir nochmal hier in die Tab-Leiste sehen vom Browser, Freistehende Kühlschränke kaufen. Das ist die zweite Stelle, wo der Mensch diesen Title sehen kann. Ansonsten taucht er in der Regel eigentlich nicht auf. Das heißt, das ist der vorgeschlagene Name oder der verwendete Name für einen Tab. Das ist hier und im Google-Suchergebnis in der Regel. Sofern nicht Google der Meinung ist, er ist misleading, also der Title passt nicht und irgendeinen eigenen Text verwendet, kommt aber sehr selten vor, ist es eben dieser Text. Manchmal erreichen mich auch Mails oder Anfragen auf Konferenzen oder was auch immer, wo mich Menschen fragen, wo sie denn in ihrem Content-Management-System oder in ihrem Shop-System den Title verändern oder anpassen können. Weil das vielleicht in der Schulung ausgespart wurde, weil es ein bisschen schwierig erklärt ist. Und manchmal sind auch die Benutzeroberflächen eben nicht so einfach gestaltet, damit vielleicht auch Einsteiger oder Anfänger immer genau wissen, was wo passiert. Und wenn du nicht weißt, wie du den Title einer einzelnen Seite beeinflussen kannst, weil wenn du in den Quelltext schaust, da vielleicht mehrere Title-Informationen hinterlegt sind und wenn du kein Programmierprofi bist, ist das manchmal schwierig zu erkennen. Und wenn du in das Backend von deinem Content-Management- oder Shop-System schaust und du hast kein eindeutiges Feld, in dem Title drinsteht, wo du sagst, wenn ich da etwas reinschreibe, erscheint es auch tatsächlich in der Programmierung im Quelltext als Title, dann empfehle ich immer Folgendes. Generelle Empfehlungen gibt es da nicht, weil die Systeme sehr unterschiedlich sind. Und insofern kann man nicht genau sagen, ja, da oder da oder da musst du den Title eintragen. Also wenn da Unsicherheit besteht, gibt es einen ganz einfachen Trick. Ihr nehmt einen Title oder nehmt eine Seite und schreibt in die Felder, die ihr vermutet, dass sie den Title generieren, Zusatzinformationen rein. Das ist der Title so und so. Nehmt da den Feldbezeichner vielleicht erstmal mit dazu und schreibt ihn tatsächlich rein. Wenn es drei oder vier Feldbezeichner gibt, würde man dann schreiben, Title 1, Feldbezeichner 1, Title 1, Feldbezeichner 2, 3, 4. Je nachdem, was da bei euch drinsteht. Das dient einfach nur dazu, dass ihr nachher wisst, wenn man im Quellcode guckt, aha, an der und der und der Stelle wird es hier, hier und hier in den Quellcode geschrieben. Das heißt also, wenn ihr das einmal kurz individualisiert, drückt dann auf Publizieren, auf Speichern, je nachdem, wie ihr eine Seite aktualisiert und ruft die nachher einfach im Browser auf. Diese spezielle Seite, rechte Maustaste, lasst euch den Seitenquelltext anzeigen und sucht dann genau nach diesen Textmustern, die ihr gerade eingegeben habt. Und nur an der Stelle, wo dann eckige Klammer auf, Title, eckige Klammer zu und dann kommt eben dieser Text und der schließt wieder ab mit eckige Klammer zu, Schrägstrich, Title, eckige Klammer, nee, eckige Klammer auf, Title, Schrägstrich, Title, Klammer zu. Ich blende es nochmal ein, so sieht es aus hier. Und genau das, was hier drin steht, zwischen diesen beiden Title, Tags, zwischen diesen beiden Elementen, an der Stelle in eurem Content-Management-System oder Shop-System editiert ihr dann tatsächlich den Title. Diese kurzzeitige Testphase macht nichts aus. Ihr müsst keine Sorge haben, dass ihr gleich mit Ranking abgestraft wird bei Google. Ihr geht dann wieder in euer Backend, macht die Title wieder so, wie sie vorher waren oder wie ihr sie haben möchtet und publiziert dann erneut, beziehungsweise drückt auf Aktualisieren. Wenn das nur sich um ein paar Minuten handelt, dieser kleine Test, müsst ihr da euch keine Gedanken machen, dass da irgendwas passiert. Ja, die Frage ist natürlich, wie gestaltet man denn dann einen guten Title? Wir haben schon gehört, fünf bis sieben Worte, so viel haben wir zur Verfügung. Danach wird ja entsprechend abgeschnitten von Google, je nach Gerät. Insofern ist es immer eine gute Idee, wichtige Dinge vorne hinzustellen. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Gary Ilsch von Google hat mal auf einer Konferenz erklärt, dass es bei Google viele Tests gab, die gezeigt haben, dass Menschen tatsächlich die geschriebenen Title, die von Menschen geschriebenen Title, sehr viel mehr bevorzugen als irgendwie maschinell generierte Title. Auch da kommt dann häufig der Inward, ja, aber ich habe tausende von Seiten, die kann ich nicht alle manuell betexten. Da komme ich nachher auch nochmal gegen Ende drauf mit einer Liste an Tipps, wie man damit umgeht. Und vielleicht eins noch vorweg, den wahren, echten, richtigen Title, den gibt es natürlich nicht, wie ihr euch oder du dir wahrscheinlich schon gedacht hast. Es hängt von der Situation ab, es hängt von deiner Branche ab. Hast du eher Kunden, die emotional unterwegs sind in der Kaufsituation oder hast du generell eher emotional reagierende Kunden beispielsweise, dann müssen wir im Kopf behalten, dass eine Seite ja auch für unterschiedliche Begriffe oder Suchintentionen ranken kann möglicherweise. Insofern gilt es dann auch das zu berücksichtigen, wenn man den Title speziell für eine Suchintention schreibt, verliert man möglicherweise die Klicks für andere Ranking-Keywords für diese URL. Wie kann ich da einen Überblick denn finden, erstmal für welche Suchbegriffe ich ranke? Das wissen wir aus vielen Beispielen ja auch aus der Website Boosting. Das kann man auch über die Search-Konsole bei Google entsprechend downloaden. Dann sieht man jeweils die Suchbegriffe, für die man rankt und die URL zur Übersicht. Aber zunächst ist ja erstmal die Kernfrage zu klären, wie sehen denn überhaupt meine Title aus? Und da gibt es einen ganz einfachen Tipp. Ihr geht einfach zu Google, tippt in die Suchmaske ein, site-doppelpunkt, S-I-T, site-doppelpunkt und dann direkt euren Domain-Namen. Also site-doppelpunkt, www.meinedomain.de beispielsweise. Jetzt bekommt ihr Suchergebnisse von Google zurückgeliefert, gefilterte Suchergebnisse, die nur von dieser Domain stammen. Also diese Site-Doppelpunkt-Abfrage veranlasst die Google-Suche dazu, nur in dieser Domain Ergebnisse aufzulisten. Und wenn ihr euch jetzt diese Ergebnisse anschaut, dann seht ihr gleich eure wichtigsten Seiten auftauchen. Ihr seht, wie die Titles gestaltet sind und auch die Descriptions. Blättert da ruhig mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten nach hinten und schaut mal, wie sich eure Domain so präsentiert, welche Texte da sind. Und natürlich immer mit einem kritischen Auge schauen, wenn das nicht meine Domain wird, die man ja liebt, sondern eine andere Domain, fände ich das toll oder fände ich es ein bisschen langweilig getextet oder was auch immer. Also seid da durchaus ehrlich zu euch. So, das ist die eine Möglichkeit, mal schnell zu schauen, wie die Titel oder wie mehrere Titles denn überhaupt aussehen, wie sie Google darstellt. Eine andere Möglichkeit wäre, eine Software zu nutzen, einen Crawler beispielsweise, wie den Screaming Frog oder SEO Tools für Excel. Es gibt noch sehr viele andere, sehr viel mehr Crawler, mit denen man einfach mal so eine Domain durchcrawlen lässt. Der hangelt sich ja da durch, Seite für Seite und extrahiert für jede URL den Titel. Und dann kann ich die einfach in Listenform anschauen und sehe dann auch sofort möglicherweise, wo ich Bedarf habe einzugreifen. Auch das gucken wir uns jetzt gleich mal in einem kleinen Live-Praxisbeispiel an. Wie komme ich jetzt an alle Titel auf einmal ran, einer Domain oder meiner Domain? Dazu benutzt man Tools wie zum Beispiel den Screaming Frog, www.websiteboosting.com. Ich gebe das mal hier einfach ein in diese Browserzeile. Es geht relativ einfach und wir drücken hier auf den Knopf Start. Dann läuft das Tool los, analysiert die Startseite, also diese Adresse, die Zieladresse, die ich oben eingegeben habe, sucht nach weiteren Links von dieser Startseite zu Unterseiten und crawlt anschließend diese Unterseiten. Und wenn das Tool dort weitere URLs findet, werden auch diese in den Speicher genommen und dann anschließend gecrawlt. Und so geht das durch, bis die komplette Domain erfasst wurde. Wir sehen das hier unten, diesen Completed-Status, der jetzt gerade bei etwas über 14% steht, weil natürlich ständig neue Seiten mit weiteren Links gefunden werden. Es sieht am Anfang so aus, als ob das Tool nie fertig wird, aber gegen Ende geht es dann relativ schnell, dass die 100% voll werden. Ich mache jetzt hier mal über 1000 URLs, haben wir schon geholt. Ich mache jetzt hier mal einfach Pause, weil das für unseren Zweck völlig ausreicht. Wir sehen also hier in der linken ersten Spalte die Adresse und hier oben den Title. Ich schiebe das mal ein bisschen rüber, dass man es besser sehen kann. Das Tool extrahiert also natürlich noch mehr Daten als den Title, aber uns interessiert jetzt nochmal das. Und wir sehen, hier werden für jede HTML-Quelle, ich filter das mal hier auf nur HTML, die entsprechenden Titles ausgegeben. Das sieht man jetzt hier, das ist alles hinterlegt. Wir sehen schon nicht besonders gut, Artikel-Website-Boosting.com, Glosar-Website-Boosting.com, also alles andere als optimiert. Ist nun mal so, Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Und wir können das ganz einfach exportieren, indem wir hier einen Export-Button drücken, uns dann eine CSV- oder eine Excel-Datei auf eine Festplatte schreiben und dort dann in Excel zum Beispiel entsprechend auswerten. Wenn ich gleich hier vor Ort im Tool noch eine kleine Auswertung sehen möchte, geht das auch in dem Screaming Frog, indem ich hier etwas runterrolle in diesem Überblicksfenster. Und hier gibt es eine eigene Session für Page-Title. Wenn ich da draufklicke, kriege ich unten schon so eine Mini-Auswertung mit hier jede Menge Duplikate. Die da sind über 60 Zeichen, die sind unter 30 Zeichen, also viel zu knapp. Und die sind über 554 Pixel, weil das Tool auch ausrechnet, wie viele Pixel werden denn gebraucht, wenn man es denn ganz genau haben möchte. Wenn ich dann wissen möchte, wo habe ich zum Beispiel Duplikate, brauche ich hier nur klicken, kriege ich das dann links entsprechend in der Anzeige. So sehen wir schon hier vom Kalkratz, das Abgekratz, da steht immer das Gleiche drin, obwohl es unterschiedliche Artikel sind. Keine gute Vorgehensweise. Also da müsste man jetzt ran und da müsste man optimieren. Um die Title zu extraieren, gibt es natürlich mehrere Tools. Hier beispielhaft noch ein relativ bekanntes, die SEO-Tools von Excel, von Nils Bosma, über die wir ja in der Website Boosting schon hinlänglich und häufig berichtet haben. Und hier gibt es eben auch eine Möglichkeit, Webseiten zu spidern. Wir geben hier mal ein www.websiteboosting.com und holen uns hier die URL und was möchten wir noch haben? Den Title hier, Add. Dann werden beide einfach mit extrahiert beim Crawl. Wir lassen einfach mal 100 URLs, die ersten 100 holen aus der ersten Ebene und wir sagen Generate. Okay, das passt ihm nicht, weil wir HTTPS, auch in der aktuellen Version haben sie diesen Fehler noch nicht behoben. Generate. So passiert nichts. Ja, kleiner Fehler von mir. Ich muss auf zwei setzen. Und wir sehen hier, die ersten 100 URLs, je nach Ebene, werden dann entsprechend geholt. Wir sehen also hier die Adressen und hier, wenn er denn vorhanden ist, den entsprechenden Title. Also insofern, nur um zu zeigen, das geht auch mit anderen Tools einfach zu bewerkstelligen. Ich möchte dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wenn du über Modifikation deiner Title nachdenkst. Achte immer darauf, dass ein Title möglichst aussagekräftig und prägnant sein soll. Schau einfach, auf welche Worte du verzichten kannst und die schmeißt du raus. Das muss nicht immer ein wohlgeformter fünf bis sieben Worte-Satz sein, sondern das kann durchaus auch zusammengesteckt sein. Wichtig ist, dass es aussagekräftig ist und kurz und prägnant. Das Auge soll es schnell erfassen können. Das heißt also auch, dass du überflüssige Suchbegriffe, für die die Seite vielleicht auch nicht rankt, wegnehmen solltest. Leere Füllwörter. Das, was man normalerweise macht, um Text ein bisschen weicher zu machen oder vielleicht auch ein bisschen zu strecken, die Sachen kannst du getrost, auf die kannst du beim Title verzichten. Vermeide, wenn es geht, halt auch den Title zu wiederholen, Textbausteine zu verwenden und automatisiert zu generieren. Ich komme dann gleich nochmal drauf, was man machen kann, wenn man tatsächlich zu viele Seiten hat. Direkt wiederholte Title, also Duplicate-Title sozusagen, sind fürs Ranking in der Regel nicht gut. Stellt euch einen Title auch immer vor wie ein Bücherregal mit lauter Büchern. Natürlich nehmt ihr ein Buch nur dann aus dem Regal, wenn der Buchrücken, und da steht ja nicht viel drauf, aussagekräftig ist. Stellt euch vor, ihr habt 20 oder, ja, bleiben wir bei dem Bild, einen 20-bändigen Duden, wo man aber vielleicht vergessen hat, die Buchstaben der einzelnen Ausgaben hinzuschreiben. Und ihr müsstet jedes Mal 5, 6, 7 Bücher rausziehen, um zu sehen, was ist das Richtige. Oder auch eine andere Reihe Reiseberichte oder was auch immer, wenn keine aussagekräftigen Title da sind und auch im Buchladen, werdet ihr wahrscheinlich nur die Bücher rausziehen, zumindest wenn es um Fachbücher geht und ihr was sucht, die euch erfolgversprechend sind. Also insofern versucht das zu vermeiden, mit Textbausteinen und mit leeren Hülsen zu arbeiten. Title sollten immer unique sein, sagt man, also einzigartig. Es gibt auch Tools, die das dann tatsächlich prüfen, dass man nicht für ein und denselben Title mehrere URLs beschickt hat. Das ist etwas, was Google in der Regel auch nicht so gern mag, beziehungsweise die Algorithmen. Von der Länge, ich habe es schon erwähnt, 5 bis 7 Worte ist immer so eine gute Hausnummer. So etwa 60 Zeichen, wenn es dann die Tools ausrechnen. Manche Tools rechnen sogar die Pixel aus, weil ein I ja schmaler ist als ein O. Das heißt, ich kriege drei I vielleicht auf die Fläche eines Os. Da geht man davon aus und sagt, so 512 Pixel in etwa werden angezeigt. Ab dann wird abgeschnitten, je nachdem. Aber auch das schwankt ein bisschen, je nach Gerät, je nach Device. Insofern, nochmal wiederholt, wichtige Sachen vorne hinschreiben, dass wenn hinten abgeschnitten wird, dass es nicht ganz so schlimm ist. Natürlich kann es abschneiden vielleicht auch ein kleiner Tipp sein, weil es Neugierde und Erspannung erzeugen kann, weil der Satz mittendrin aufhört. Und wir Menschen mögen ja Geschichten, wenn sie zu Ende erzählt werden und wenn der Satz mich anteasert und hört mit Punkt, Punkt, Punkt auf, sieht so aus wie ein Cliffhanger, in Wirklichkeit durch einen Google-Algorithmus erzeugt. Und damit kann man auch spielen. Großschreibung in ganzen Worten oder vielleicht in ganzen oder in mehreren Worten im gesamten Titel ist in der Regel keine so gute Idee. Menschen können Großbuchstaben sehr viel schwerer lesen. Es dauert länger, man braucht mehr Gehirnkapazität, um es zu dekodieren, weil wir es nicht gewohnt sind, nur Großbuchstaben zu haben. Und ganz ehrlich, die brüllen auch ein bisschen an, so marktschreierisch. Müsst ihr überlegen, ob das das Signal ist, was ihr senden möchtet. Was auch immer ganz gut kommt bei Titels sind gut überlegte Attribute, je nachdem, welche Dienstleistung oder Produkte ihr anbietet. Begriffe wie vollständig, ein umfassender Überblick oder verständlich, kurz oder mit zwei Klicks zum. Solche Dinge erzeugen Bilder bei uns im Kopf und Menschen mögen sowas. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr den Klick bekommt, wird höher bzw. steigt dann doch deutlich an. Auch so Aufzählungen wie 10 Tipps, um das und das zu machen oder ähnliche Sachen dürfen dann natürlich keine leeren Versprechen sein, bringen in der Regel mehr Klicks. Bei aktuellen Beiträgen, wenn ihr Informationsinhalte habt, ist es immer ganz gut, vielleicht den Monat und das Jahr im Title mit unterzubringen, um gleich zu zeigen, dass das Ganze aktuell ist. Google zeigt ja leider nicht immer das Datum an bei solchen Ergebnissen. Wenn eure Marke, euer Unternehmensname wirklich bekannt ist, könnt ihr ihn an den Anfang nehmen. Warum? Weil das Markenvertrauen, wenn man euch wirklich kennt, erzeugt dann natürlich die Klicks. Man sagt, oh, habe ich schon gehört, kenne ich, vertraue ich, klicke ich. Dann schaue ich mir das an. Wenn ihr ehrlich seid und sagt, naja, mein Unternehmensnamen oder meine Markenbezeichnung, die ich da verwende, ist noch nicht wirklich so bekannt, dann ist es vielleicht ganz gut, die eher ans Ende zu stellen und die wichtigen Dinge nach vorne zu stellen. Ansonsten würdet ihr wertvollen Platz möglicherweise verschwenden, eben mit Begriffen, die die Menschen noch nicht kennen. Guckt euch auch immer an, in welchem Umfeld ihr auftaucht. Wie sehen denn die Title aus von den URLs, die mit euch zusammen ranken oder vielleicht noch ohne euch ranken? Was verwenden die für Begriffe? Und dann versucht das, wenn es sehr ähnlich ist, zu vermeiden. Wenn sehr häufig der ultimative Ratgeber da steht, dann solltet ihr das nicht verwenden. Versucht ein bisschen anders zu sein. Sucht nach Alternativen. Versucht aus der Masse hervorzustechen. Es geht ja eben, wie gesagt, nicht nur darum, Worte zu verwenden, die mich im Suchalgorithmus nach oben bringen. Das ist das eine. Sondern ich muss auch so texten, dass die Menschen sagen, hey, vielversprechendes Ergebnis. Und ich klicke, sonst bringt das Ganze ja gar nichts. Emotionen funktionieren auch sehr gut. Weil sie einen Ärger zu vermeiden. Hier, so vermeidest du Zeitverschwendung oder was auch immer. Angst, Neugierde, das sind Emotionen, die auf die Menschen sehr gut reagieren. Auch da kann man überlegen, ob man ein bisschen damit spielt. Testet es einfach mal aus für euch. Und ich würde euch empfehlen, überlegt euch vielleicht ein eigenes Schema mit Thema oder Keyword, Vorteil, vielleicht die Markenbezeichnung oder die Kategoriebezeichnung, je nachdem, wenn ihr sehr viele URLs habt, dass ihr die nach einem ähnlichen Schema immer wieder aufbaut, damit auch eine Wiedererkennung da ist und damit ihr auch eine Handlungsleitlinie habt, wie man viele, viele Titles vielleicht textet. Und denkt immer dran, wirklich gute SEOs sagen nicht selten, manchmal auch auf Konferenzen, dass Texten von Titles ist Chefsache. Oder ich verbringe viel Zeit damit, Titles zu schreiben. Das widerspricht diametral der Erfahrung, was in den Unternehmen passiert. Da werden die Titles mal schnell so eben hingerotzt. Wenn man die Seite erstellt hat, ja, dann muss man noch irgendeinen Title finden und dann kommt oben irgendwas rein. Man drückt auf den Knopf und dann hat man es vergessen. In Wirklichkeit ist das aber das Aushängeschild. Deswegen das Bild am Anfang, das ist die Fußgängerzone mit den gleichen Läden, weil in Suchergebnissen haben wir überall Seiten, die Schuhe verkaufen. Wir haben überall Seiten, die Sonnenbrillen verkaufen. Wir haben überall Seiten bzw. nur Läden, die Mikrofone, Lampen, Stereoanlagen verkaufen, was auch immer. Und da muss ich rausstechen. Und wenn ich das so mache wie die anderen, so gehirnlangweilerisch, ist es in der Regel keine gute Idee. Insofern braucht man oder sollte man ein bisschen Erfahrung aufbauen und auch Erfahrung haben im Texten. Es ist keine gute Idee, das dem Auszubildenden zu überlassen, weil es wie eine lästige Arbeit empfunden wird, sondern das ist eigentlich unsere Glocke, unser Klingelschild, unser Buchrücken im Regal. Und man darf das keinesfalls der Unerfahrenheit überlassen oder dem Zufall, wie das Ganze aussieht. Wie kann ich das dann simulieren, wenn ich, weil natürlich, völlig klar, man hat dann Ideen, dann sind es aber mehr als sieben Worte. Wo wird es denn abgeschnitten? Wie ist es, wenn ich weniger Worte habe oder was kann ich noch reinpacken? Da immer Worte zu zählen kann sehr lästig sein. Das kann man machen mit Excel, mit entsprechenden Formen, dass man die Buchstaben oder die Worte zählt und einfach rechts daneben dann immer die Länge hinrechnet, damit man gleich schon sieht, bei jedem Versuch passt es oder passt es nicht. Einfacher ist es, solche Simulatoren zu verwenden, wo man das Aussehen testen kann. Und auch da schauen wir uns ganz kurz mal ein Beispiel an, wie man solche Simulatoren jetzt testen kann, solche Simulatoren nutzen kann. Wenn ich jetzt wissen möchte, ob mein Title und in Summe vielleicht das gesamte Snippet, also der Title und die Description, lang, zu lang, zu kurz sind oder wie die aussehen, gibt es verschiedene Tools im Netz. Eines, das ich persönlich dann häufiger auch verwende, ist das von Systrix, der Snippet Generator. Man findet das in der URL, die ich unten in den Link gepackt habe, unter dem Video hier. So, funktioniert relativ easy. Ich gebe hier mein, da hatte ich noch was im Speicher, ich gebe hier meine Adresse ein, www.websiteboosting.com. Wir sehen schon da unten, schreibt er mir das Ganze dynamisch mit und ich sage mal URL prüfen, dann holt er sich das, was tatsächlich dann auch im Netz steht. Ich sehe, so sieht es am Desktop aus, so sieht es auf dem Handy aus. Natürlich, wir hatten es schon viel, viel zu kurz. Was ich aber auch hier sehe, das ist zwar nicht unser Thema, ist aber, dass die Beschreibung zu lang ist, weil ich sehe dann hier, steht da, jetzt abonnieren, jetzt abonnieren, also es wird noch alles angezeigt, aber das ist relativ knapp dran in Summe. Andere Simulatoren zeigen dann hier zum Beispiel nur ein jetzt ... und wir gucken doch einfach mal, was Google dazu sagt. Websiteboosting, da kommt was völlig anderes, die Fachartikel kratzen ... Also insofern muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, da hat sich Google entschieden, dass das sehr untauglich ist, das Snippet, also auch sowas lohnt sich zu testen. Aber unabhängig davon könnten wir hier jetzt zum Beispiel neu texten und könnten hier dann entsprechende Erweiterungen machen, hier im Titel, das Magazin, Websiteboosting, Schreiben wir es mal anständig, Websiteboosting, Schlusszeichen. Und ich sehe dann immer jederzeit noch, passt das Ganze, wird es noch angezeigt. Wir sehen hier, Mobile geht es gerade noch. Wenn ich hier mehr schreiben würde, wird das irgendwann zu lang. Wir sehen dann, dass oben auf dem Desktop fehlt es dann schon und es wird entsprechend abgeschnitten. Ich kann hier noch ein paar andere Dinge machen, die würden jetzt hier zu weit führen, wenn ich noch ein spezielles Keyboard haben möchte, das ich hervorheben möchte. Ich kann aber hier auch so einen Snippet-Link generieren, dann kann ich mir hier kopieren und dann entsprechend jemand weitergeben, wenn ich das hier einfüge. Dann wird das, was ich hier editiert habe, der entsprechende Titel, kann wieder aufgerufen werden. Ein anderes Tool ist hier dieser SERP-Simulator, SERP-SIM.com, funktioniert im Prinzip genauso. Ich kann hier über Fetch eine Adresse eingeben und er holt mir dann Titel, URL und Meta-Beschreibung, zeigt sie entsprechend an. Und auch hier kann ich editieren und ich sehe sofort hier unten dann in der Live-Ansicht, wie das Ganze aussieht, ob es umgebrochen hat oder nicht. Ich kann es mir hier kopieren, abspeichern oder eben auch entsprechend sharen. Okay, allerdings hier mit entsprechender Werbung, die haben wir bei Systrix nicht. Gut, da schließt sich jetzt natürlich gleich unmittelbar die Frage an. Ich habe aber tausende von URLs und überall haben wir bisher vielleicht automatisiert irgendwelche Breadcrumb-Texte oder so da reingeschossen. Meistens sind die Klickzahlen ja auch dann nicht so berauschen. Was mache ich, wenn es zu viele sind? Naja, filtern. Einfach filtern, nimm dir nach verschiedenen Kriterien die wichtigsten URLs raus. Das sei es nach Umsatz, nach Keywords oder was auch immer für dich wichtig ist. Und nimm diese typische Regel, entweder 80-20, diese Pareto-Regel. 20% der URLs machen tatsächlich 80% des Erfolgs. Die Praxis zeigt, es sind sehr viel weniger URLs. Bei SEO-Tests oder bei SEO-Audits sehe ich dann sehr häufig bei solchen Analysen, dass nicht selten wirklich 10, 11, 12 URLs für 50% der Klicks aus der organischen Suche verantwortlich sind. Und das kann mir natürlich niemand erzählen, dass man diese 10 oder 12 oder die restlichen 20, die da gerade so an der Ecke kratzen, dass man die nicht manuell optimieren könnte. Das geht schon. Also ihr müsst einfach nur filtern, priorisieren. Nehmt euch einfach 5% oder 2% von mir aus der Top-URLs nach euren Kriterien und optimiert die manuell. Und dann macht ihr nachher einen Test und schaut, was es gebracht hat. Und wenn ihr seht, es bringt tatsächlich was, ich kriege mehr Klicks im Schnitt auf die URLs, dann könnt ihr euch überlegen, wie ihr ein Rollout macht und wie ihr die restlichen URLs, absteigend nach Wichtigkeit, dann nachoptimiert. Hol dir dazu harte Daten, nimm die Search-Konsole oder schau in dein Google Analytics, was den meisten Traffic bringt aus dem organischen Bereich, wie auch immer, aber mach es nicht aus dem Bauchgefühl heraus. Das scheitert meistens. Hol dir die Daten entsprechend, sortier die, filter die und dann hast du immer so einen Auszug an URLs, wo man sagt, okay, die lohnen sich zu optimieren. Lerne aus dem, was du tust. Ganz wichtig, Title zu optimieren und dann in Urlaub zu fahren und das Ganze zu vergessen, ist keine gute Idee. Gut, Title optimieren, Urlaub fahren, ja, aber wenn ich zurückkomme, muss ich mir anschauen, was habe ich denn bewegt. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Was funktioniert bei mir? Was funktioniert bei meiner Branche? Was funktioniert bei meinen Kunden? Und deswegen gibt es auch nicht den einen wahren Title. Das ist auch keine gute Strategie, bei irgendjemandem, der gut rankt, sich das abzumalen, nach welchen Strategien der arbeitet und sie in die eigene, ganz andere Branche zu übertragen. Jede Branche hat so ihre Besonderheiten und da lernt ihr dann wirklich was dabei. Ihr merkt, dass emotionale Dinge vielleicht bei euch super funktionieren oder vielleicht gar nicht funktionieren. Dann liest ihr das und damit könnt ihr besser werden mit diesem Wissen. Ihr könnt auch kalkulieren, was bringt euch das? Welchen Aufwand macht es, einen Title zu optimieren? Nach einer eingespielten Phase natürlich. Und was bringt es mir denn mal aufs Jahr gerechnet? Auf sowas kann man, wenn auch einfach, rechnen, indem ihr einfach schaut und sagt, ich habe heute für diese URL so und so viele Klicks bei so und so viel Suchen. Nach der CTR, die Daten bekommt ihr ja von Google aus der Search-Konsole. Und ihr optimiert diesen Title und ihr kriegt jetzt vielleicht keine Klickrate mehr von, sagen wir mal, 5% auf einer bestimmten Position, sondern 7%, 8% oder vielleicht sogar 10% bei gleicher Position. Dann schaut mal oder vielleicht ist die Position auch gestiegen aufgrund der Title-Optimierung. Da guckt einfach, wie viel Traffic bringt es mehr. Schaut euch eure Conversion-Rate an. Sagen wir, ihr habt 5% Conversion-Rate. Und dann eine Verdoppelung der Besuche über eine Title-Optimierung von der Seite. Und bei 5% Conversion könnt ihr ausrechnen, die doppelten Besucher machen dann natürlich jetzt in dem Fall einfach auch bei gleicher Conversion-Rate den doppelten Umsatz, die doppelten Anfragen oder die doppelten Leads. Das sind nicht auf eine URL vielleicht kleine Zahlen, aber wenn ihr das mal hochrechnet auf den Rest, kommen da oft nennenswert größere Zahlen raus. Und vor allem, wenn ihr das auf Jahresbudget oder Jahrestraffic dann hochrechnet, dann sind wir da nicht selten. So ist dann meine Erfahrung im 5-stelligen Bereich, manchmal sogar im 6-stelligen Bereich, was den Umsatz angeht. Und da kriegt man dann sehr schnell andere Probleme. Dass man sagt, wie kriege ich möglichst schnell meine Title manuell angepasst? Woher kriege ich das Personal? Wie schule ich die, damit das möglichst schnell passiert? Weil all das ist ja Geld, was liegen bleibt auf der Straße, was ihr eigentlich aufheben solltet. Und wenn ihr unsicher seid, ob es sich rentiert und ihr habt so einen Test gemacht, dann versucht mal zu rechnen, was es euch an Aufwand kostet, das für mehr URLs auszufahren und gleichzeitig dagegen zu rechnen, was das mehr an Umsatz bringen kann. Und wenn das sehr knapp beieinander ist, müsst ihr entscheiden. Meistens, so meine Erfahrung, dass die Optimierung der Title oder das Potenzial, was man heben kann, deutlich stärker ist und dass niemand die Frage stellt, ob sich das lohnt. Man muss es sich nur mal wirklich auf den Tisch legen und ehrlich rechnen. Und noch einen letzten Tipp für Experten schon unter euch oder die, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Was auch ganz gut ist von der Strategie, sind die sogenannten Low-Hanging Fruits, also die tiefhängenden Früchte zu ernten. Das kann man machen, indem man Tools verwendet, wie zum Beispiel ein Systrix, was ja Ranking-Daten anzeigt für URLs oder für Keywords. Und da geht ihr gezielt rein in so ein Tool oder besorgt euch die Daten oder ihr könnt die auch aus der Search-Konsole verwenden. Da kriegt ihr ja auch durchschnittliche Positionen geliefert. Und dann geht mal auf Position 11 bis 20 von mir aus. Das ist sozusagen, naja, stimmt nicht ganz, aber in etwa die zweite Seite ist ja ein bisschen floating. Das ist etwa die zweite Seite. Auf der zweiten Seite kriegt ihr in der Regel keinen Traffic, wenn ihr da renkt, oder keinen nennenswerten Traffic. Nehmt euch die URLs, die da auf der zweiten Seite rumtaumen, denn die findet Google ja meistens schon relativ gut. Aber noch nicht so gut, dass sie auf die erste Seite dürfen. So, und wenn ihr euch da mit einer guten Title-Optimierung ranmacht, indem ihr zum Beispiel mal guckt und sagt, ist denn das Suchwort, für das die Seite gefunden wird, ist es im Title, steht es ganz vorne? Oder ist es vielleicht auch in der H1? Das ist etwas, auf was wir in einer weiteren Folge dann später noch zu sprechen kommen. Funktioniert aber auch erstmal für den Title, indem ihr einfach guckt und sagt, für die Suchintention, für das Keyword, habe ich gerade den Title, passt er oder passt er nicht? Und wenn man noch was optimieren kann, macht es. Und dann werdet ihr feststellen, dass ihr nicht selten vielleicht den Sprung von Position 12 oder 13 auf die erste Seite macht. Und dann bei den Suchenden, die sich wenigstens die erste Seite anschauen, mit auf den Schirm kommt. Und wenn der Title gut getextet ist, kriegt ihr auch entsprechend den Traffic und auch natürlich die Chance, nachher einen Umsatz zu tätigen. So, das war's. Alles zum Title, zum sogenannten Doktor-Title, so haben wir den genannt in der aktuellen Ausgabe der Website Boosting. Und wenn du möchtest, hinterlass ein Like, wenn es dir gefallen hat. Wir werden hier noch weitere Folgen mit SEO Basics für dich produzieren und hier in diesen Kanal einstellen. Und wenn du den Kanal abonnierst, das kannst du ja unten tun, wenn du auf diese Glocke drückst, dann kriegst du automatisch einen Hinweis von YouTube, dass ein neues Video da ist. Über ein Like freuen wir uns natürlich sehr. Und wenn du die volle Dröhnung haben möchtest, an weiteren Tipps und Dingen rund um deine Webseite, dein Webengagement zu verbessern, dann empfehle ich, wie immer, die Website Boosting. Ich sehe gerade, die leuchtet da ein bisschen durch, durch den Greenscreen. Das ist immer dann, wenn wir grün im Titelbild haben. Die aktuelle Ausgabe ist die 68. Ich würde mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Happy Optimizing!